Wir laufen beide durch und versuchen den Turm zu holen. Ja. Obwohl, die haben es jetzt umgehauen, die zwei, dann kann nichts mehr kaputt kommen. Ah, ein Hit hätte vorhin vom Turm gefeiert. Ja. Ja. Alter, scheiß Ding. Ja. Was aber. Hat er dich zur Heilgruppe hin? Ja. Dreck Sack. Ja, ist eh vorbei. Okay, Bonnen. Hm. Ja. 70 Erfahrung und nur 58 EP. So, das war's jetzt aber für heute. Ah, schon klar. Nein, nein. Heute geht keiner mehr. Morgen dann wieder. Immer noch keine Elf. Ja, aber halb Elf. Ich muss morgen früh um 5 Uhr wieder aufstehen. Genau, du Meckerlise. Also. Heul, 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 heul. Ja, wie gut. Wenn ich nicht meckern kann, dann läuft was falsch bei mir, weiß ich ja. Na gut. Ich verabschiede mich von euch. Hallo, ciao. Wir hören uns morgen, ne. Viel Spaß noch. Zockt nicht zu viel. Ja, doch. Wir zocken extra viel, damit du neidischwerden kannst. Ja, bin ich doch eh schon. Ja. Also. Bis morgen. Gutsnächtli. Ciao, ciao. Ciao.